Crazy Fit Massage Bei Crazy Fit Massage wird die Bodenplatte in eine kontinuierliche Bewegung von 8 Grad um die Mittelachse versetzt. Der Körper gleicht diese Vibrationen aus und verbrennt so überflüssiges Fett. Die Wärmebildkamera beweist, mit Crazy Fit Massage werden Rücken- und Bauchbereich gestrafft, Oberschenkel- und Schulterbereich stabilisiert und überflüssiges Fettgewebe dauerhaft abgebaut. Bestimmen Sie bei Crazy Fit Massage Ihr Training selbst oder ermitteln Sie nach Eingabe Ihrer Daten Ihren optimalen Trainingsplan aus drei Grundprogrammen. Schon 10 Minuten Crazy Fit Massage morgens und abends bringen sichtbaren Erfolg. Profitieren Sie noch heute von Crazy Fit Massage. Seien Sie bereit für den Sommer mit Crazy Fit Massage.